hier ist mein Kanal mit dabei ist ja dann komm mit kommst du ja ich hab ihn markiert wir verfolgen gerade einen anderen Online-Spieler ich komme ich komme wuh ein anderer hat mich komplett gerammt wo bist du? okay pass kurz auf okay ich bin gleich ganz schnell wieder da ich bin ganz ganz schnell wieder da okay wir haben gerade nur ganz schnell hier ich hab nur die beiden Wagen weil wir ganz schnell nur die Story gespielt haben ich könnte halt das nehmen okay die 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 Swat-Einheit kommt die Swat-Einheit kommt und helft um dir zu helfen jetzt kommt die Swat-Einheit jetzt kommt die Swat-Einheit okay jetzt kommt die Swat-Einheit jetzt kommt die schnelle Swat-Einheit okay ich komme ich komme so schnell ich kann okay dann wirst du gleich sehen ich bin Swat-Einheit ich werde dann über die Schanze springen und dann bin ich auch gleich da und es ist Zeit für Nitro Nitro ich bin da jetzt kommt die Swat-Einheit Swat-Einheit ist da guck mal hier neben dir hier ist die Swat-Einheit niemand entkommt hier vor der Swat-Einheit lass mal auf lass mal auf die Straße wuuu Swat-Einheit warum das ist ein Off-Road-Fahrzeug das er hat glaube ich auf die Straße auf die Straße weil da bin da bin ich schön schnell er ist hier beim Tuning-Shop ich qualm das zu ich find's cool dass dass es nur von hinten kommt an den Reifen okay ich dreh ein paar Runden okay guck ich dreh Runden mach doch auch lass die denn so rammen ich ramme dich damit sorry wollen wir die mit dem Runden rammen? lass ihn einkesseln lass er kommt du kommst ihn nicht gegen die Swat-Einheit Junge du hast ihn weggekickt dass er entkommen kann hab ihn einmal alter warum fährt er nicht weg? er hat einen Off-Roader er hat einen Off-Roader sonst wäre er nicht so schnell ich versuche ihn abzufangen okay mach hin mach hin kein Speedrun ich hab keinen Bock auf Speedrun und geht auf die Straße ich drück gerade Nitro durch ich seh euch ich bin da bei der Straße ich kann ihn abfangen ich fang ihn ab ich bin da ich bin da ich bin da er hat einen Off-Roader er ist bester hier in Off-Road wir müssen ihn auf die Straße locken ich geh rund die sind zu zweit also aufpassen aufpassen zwei Gangster mach mach deine Sirene mach die Sirene an die Hupe ist halt bei ihm und hier die Sirene ich hol ihn ich hol ihn mir okay? shit nein 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 kannst du und ich nicht und ich Alter dieses SWOT-Auto hält echt viel aus was? SWOT-Einheit Conny du musst jetzt hier das Zupacken auf die andere Seite nicht mehr hupen du musst hier auf die andere Seite fahren okay? na guck siehst du? da wo ich bin das Zupacken da so sorry lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn Platz lass ihn Platz oh sein Freund sein Freund sein Freund sein Freund rammt uns komplett weg hm ah hab ihn er hat mich komplett weggekickt und sein Freund kickt uns ich kümmere mich um den ich kümmere mich um den okay um das du kümmerst dich um den Haupttyp ich hab ihn noch einmal sein sein Freund versucht zu helfen also Achtung sein Freund kommt helfen ja bitte bitte ich hab dich abgebrennt sein Freund hat mich lass sie auf die Straße locken lock sie auf die Straße ich komme ich komme mit nein ich komme mit da vorne sind die beiden alter okay ich komme ich kümmere mich um den Rocket League okay echt und ich komme ich komme ich komme das ist kein normales also das ist nicht also das ist hier Need to Speed Payback und kein anderes Need to Speed ähm und Conny ich komme Swap Einheit ist unterwegs nix mach Sirene mach Sirene dass sie wissen mit wem sie sich an legen gut gefahren ich bin echt gut gefahren und zwar gegen den Stein nein hier nicht gegen fahren keine Ahnung ich komme aber so schnell ich kann in die er fährt er fährt in die Stadt er fährt in die Stadt ich gehe in die Hauptstadt okay und dann fahr ich von hey warum habe ich ihn nicht mehr markiert ach so ach so er ist in der Garage deswegen ich fahr gerade wo bin ich ist die Frage er hat ein Lambo ich glaube das ist sein Freund der Burger ist sein Freund der Burger hilft ihm das ist blöd voll jetzt sehe ich ihn ich wusste halt nicht wo er schnellreise ich habe schnellreise gemacht zu dem zu dem Dings zu der Garage da also bin ich gleich auch da ich bin gleich da ich bin gleich da okay die bekommen Rache die bekommen Rache dass sie Rache bekommen wollen bekommen wollen ja und das blöde ist und das blöde ist mein Auto ist fast kaputt hallo meinst du die ich bin der eine ich helfe dir gerade da guck zwei wenn denn hier ist die Swap Einheit und hilf dir ach Corny guck hast du gesehen dass ich es war da guck hier ich bin das die Swap Einheit das Swap Auto ist dein Teamkamerad hier guck hier neben dir nein 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 warte kurz hier ich nehme ein anderes Auto ich nehme das stabilere Auto wenn du gleich einmal in die Garage gehst dann ist dann geh geh in die Garage weil und dann direkt wieder raus dann ist dein Auto heile ist halt dann geh in die Garage ich war ich gerade ich komme ich komme ich komme und alle ja die G-Klasse versuche ich gerade auszuschalten ich nehme auch ich nehme meinen nimm deinen hier hohen also nimm deinen anderen den starken aus dem Truck okay nimm den Truck nein nimm deinen Truck und ich ich logg die weg ich logg die weg ich logg die weg okay ich logg die weg jetzt sind es drei Typen die Rache wollen Achtung jetzt sind es drei Typen von hinten kommt noch einer der auch Rache will Alter bist du so schnell an mir vorbeigeflitzt und zah schade was ist ich weiß hab ich auf dem anderen Account auch drei 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 gegen zwei ist unfair okay ah da muss ich aber komplett los komm mal mit komm mit komm mit ich auch denn der hat sich mir neben dir gefahren ich bin aber komplett weg ja die Klasse und so verfolgen mich oh shit der eine hat mich gerannt aber die sind über die Dings geflogen die G-Klasse ist hinter mir her G-Klasse ich gehe nicht in die Garage nein drei gegen zwei bei zwei z g Bis zum nächsten Mal.